Heil Hitler, Friedrich. Heil Hitler. Schön, dass du gekommen bist. Wir machen zuerst die medizinischen Untersuchungen und dann noch unsere Sport- und Getests. Einverstanden? Gut. Dann reihe dich ein. 13. 10. Augenfarbe. 15. A-Farbe. B. Und warum möchtest du Jungmann auf einer der Schulen des Führers werden? Weil ich Führer, Volk und Vaterland an einer verantwortungsvollen Stelle dienen will. Nordisch. Klasse 1b. B.